Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Earl of Warships. Und jetzt steigen wir in Stufe 2 ein und wir fangen mit dem japanischen Zerstörer Umikasa an. Überhaupt keine... Ne, ich bin alleine. So, jetzt bin ich alleine in einem Zufallsgefecht nur mit und gegen Bots. Das ist ja irgendwie lustig schon mal wieder. Ich muss mich erstmal mit den anderen Zerstörern rumplagen, dass ich die irgendwie unter Wasser kriege. Umikase lädt zumindest Torpedos schnell, da kann man richtig häufig schießen. Das ist schon mal ganz gut. So mit Torpedos. Was für Zerstörer haben wir hier ein? So, 3, 4, 5... Wow. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Ey! Schieb da nicht drüber! Da war jetzt zu wenig vorne. Torpedos, achte aus! 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 Ich muss jetzt mal hier weg, ne? Maschinenboost aktiviert. Ich muss vor allem mal was treffen. So ist schon mal besser. Ach. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Kann ich nicht da reinfahren, dann ist das blöde. Ach, zu viele Zerstörer, die ich nicht wegkriege. Wenn die Kreuzer da nicht richtig mitmachen. Zerstören und umzingelt. Wow, ist das. Ich habe einen vernichtet, das ist gut. Da ist noch einer. Mal gucken, dass ich die irgendwie wegkriege. Ja, wenn du keine Kreuzer hast, die da mitarbeiten. Ja. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Dann, äh... Der muss ich als erstes da irgendwie... Ach, komm. Jetzt haben sie mich hier in der Ecke getrieben, ne? Ich habe einen F�10-Tzell auf 나네요. Dann, bis hier. Die Pädels sind im F�10-Tzell. Scheiße. Kannst du nie aushalten hier, ey. Die Bots, die schießen so gut Torpedos und weichen auch so gut Torpedos aus. Das ist echt nicht normal, ne? Oh Mann. Was ist denn der andere da hinten? Na gut, der hat sich erstmal da... erstmal da an der Grenze. Ich hab kaum noch... Ich hab auch noch da, den ich in. oh man oh man, scheiße falsch gedreht das kannst du nix ich kann nicht alleine gegen 5 5 oder 4 Zerstörer spielen das kannst du vergessen, wenn die die alle auf dich los gehen mit so und so viel Zerstörern das ist noch nie normal, oder? oh, das ist Katastrophe guck mal, wo die dann einfach da unten rumgammeln vielleicht cappen sie das ja noch, schaffen sie das ja noch aber normal ist das nicht, hey Bots das ist ja nicht normal, oder so ja jeder ist jetzt fahren die auch wieder raus, ne? irgendwie, das ist auch irgendwie alles doof der Torb den jetzt hier weg schätze ich mal ich hoffe, ich hatte da vorbeigeschossen aber die Bots, die können die weichen dermaßen gut aus den Torpedos, das gibt's gar nicht also irgendwie immer die haben dann dermaßen gute Berechnungsroutine drin die müssen echt schon aus nächster Nähe Volltreffer da reinschießen ansonsten da machst du nix die haben bald Base gecapt von daher also unten rum ja aber ehrlich, du manchmal, du kannst du dran verzweifeln so schlecht wie die schießen mit der Artillerie, ne? ungezielt und daneben, ne? und vertreffen, ne? also, ja umso besser schießen sie mit dem Torpedos die Bots irgendwie ist das irgendwie ganz komisch na egal haben wir aber ordentlich jetzt XP gewonnen ich sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Tier 2 bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal